Hallo und herzlich Willkommen am Tele-Stammtisch! Hallo und willkommen beim Tele-Stammtisch zur Besprechung des Films Fingernails, der am 3. November exklusiv bei Apple TV Plus erscheint oder Apple TV Plus, wie die coolen Kids es sagen. Ich bin über 40, mir ist das scheißegal. Ebenfalls über 40 ist der Max. Hallo Max! Ja, schön. Stimmt, richtig. Gleich unangenehm am Anfang. Hast du gleich mal hier so in die Wunde rein mit dem Fingernagel. Ja, denn wir besprechen jetzt auch einen Film, der vielleicht auch ein bisschen unangenehm ist. Gar nicht unangenehm, wobei noch richtig unangenehm ist es natürlich, ja, ein alter Sack zu sein, wenn ein so junger und hyperaktiver und intelligenter Mensch noch dabei ist, wie die Schlogger. Hallo Schlogger. Oh, ich warte jetzt, aber ich weiß, irgendwie vertraue ich dir nicht. Jetzt warte ich auf den Fall. Ich wäre lieber direkt von dir geärgert worden und könnte mich dann in Sicherheit wiegen. Und jetzt hinterfrage ich und zweifle ich und weiß nicht, was ist jetzt Sache. Die Schlogger ist dumm und doof. Jetzt ist die Pointe auch versaut. Jetzt ist es okay. Gut, ich muss daran arbeiten. Ich merke das schon. Ihr Lieben, wir haben vorab Fingernails sehen können. Und bevor wir jetzt darüber reden, wie uns dieser Film gefallen hat, sollten wir vor allem erstmal abklären, worum geht es denn. Und Schlogger, du kannst glaube ich am besten das zusammenfassen, ohne komplett zu versagen wie Max. Okay, jetzt bin ich ein bisschen überrummelt. Damit konnte ja keiner rechnen. Okay, aber in diesem Film, Fingernails, geht es um Anna und Ryan. Die zwei sind ein Paar und Anna ist unsere Hauptfigur. Sie leben in einer Welt, wir wissen nicht ganz, wann es spielt. Ich glaube, es ist eine Fantasy-Science-Fiction-Welt, in der es einen Test gibt, in der man testen kann, wie sehr man liebt. Oder man testet sich als Paar und es wird getestet, ob sich beide lieben, 100%. Ob nur einer von beiden liebt, 50%. Oder ob eben keiner von beiden liebt, 0%. Und Anna zweifelt so ein bisschen an ihrer Beziehung. Und dieser Film zeigt uns dann, wie sie dann damit umgeht und was alles passieren kann. Ja, vielen Dank. Die Hauptrolle hat Jessie Buckley, die, glaube ich, aktuell zu den besten britischen Darstellern ihrer Generation gehört. Ich fand sie großartig in diesem einen Film mit diesem langen Titel von Charlie Kaufman auf Netflix. Max, wie hieß der doch gleich? I'm thinking of ending things. Genau. Außerdem mit dabei Riz Ahmed, den habe ich zuletzt gesehen bei The Sound of Metal. Auch ein großartiger Film. Und ich will ehrlich sagen, der Hauptgrund, warum mich der Film auf den ersten Blick interessiert hat, ist Jeremy Allen White, bekannt aus der Serie The Bear, der hier auch dabei ist. Und wenn wir schon beim Name-Dropping sind, Annie Murphy ist auch mit dabei. Die Captain aus Schitt's Creek. Und Luke Wilson hat auch eine kleine Rolle. Damit wäre, ja, der Cast, soweit es geht, auch abgehandelt. Nicht so bekannt ist hingegen der werte Mann, der den Film gedreht hat. Das ist ein Griechen namens Christos Niku. Der schon zuvor, glaube ich, ein, zwei Filme gedreht hat. Und wie ich hinterher herausgefunden habe, wohl so ein bisschen in der Leere war, bei einem meiner aktuellen Erlebnisregisseure, Jorgos Lantimos. Und ich finde, wenn man Jorgos Lantimos kennt, dann kommt einem auch die Stilistik aus Fingern jetzt ein bisschen vertraut vor, oder Max? Ja, also zumindest riecht er ein bisschen so nach Lobster-Light oder so. Ich weiß es nicht. Also der hat so ein paar Anleihen. Ich glaube, die Liebe an sich als Thema ist vielleicht die größte Gemeinsamkeit dazu. Und natürlich auch, dass der Film irgendwie es schafft, sehr krude Situationen darzustellen, ohne sich drüber lächerlich zu machen. Also ist eigentlich so, wie Lantimos das auch macht. Oder ich es kenne zumindest. Schlogger, wenn du hast diesen Film gesehen, fällt es dir einfach, diesen Film zu empfehlen? Und wenn ja, welcher Zielgruppe würdest du ihr empfehlen? Das würde ja voraussetzen, dass ich den Film gut fand und empfehlen würde. Und damit hadere ich noch tatsächlich. Denn als der Film zu Ende war, war ich ein bisschen, wusste ich nicht, was ich davon halten sollte. Und als ich ihn dann ein bisschen habe sacken lassen, hat er ein paar mehr Freude in mir geweckt, weil er ja Fragen aufwirft, ähnlich auch wie The Lobster, über die man dann nachdenken kann. Und das macht mir immer Spaß. Und deswegen würde ich, um deine Frage zu beantworten, eben, also er ist nicht so ganz so verkopft wie The Lobster. Er ist ja schon wesentlich zugänglicher. Aber Leuten, die nicht ganz, die nicht eine Hollywood-Komödie brauchen oder einen Hollywood-Liebesfilm, sondern die eben so ein bisschen auch gern sich zum Denken anregen lassen. Aber er ist auch nicht so krass wie am Thinking of Ending Things oder sowas. Nee, bei weitem nicht. Aber da kommen wir bestimmt noch drauf zu sprechen. Das habe ich jetzt nicht klar beantwortet, aber zumindest eine Tendenz gegeben. Das ist schon sehr viel wert. Und ich fühle mit dir, weil als der Film aus war, saß ich hier und dachte mir, ich weiß nicht, woran es liegt. Aber so richtig toll fand ich ihn nicht. Ich fand ihn nicht furchtbar, aber ich hatte so, natürlich wie bei jeder Filmsichtung, so ein bisschen gehofft, das wird jetzt ein schöner, guter Film. Und der Film war vorbei und ich saß hier und dachte, nö, der hat mich so irgendwie nicht erreicht. Und dann habe ich ein bisschen darüber nachgedacht. Aber ich habe gemerkt, je mehr ich über ihn nachdenke, desto egaler wird er mir. Und deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, dass, ja, also es ist kein schlechter Film. Aber ich dachte eigentlich, weil ich halt wusste, worum es geht. Also ich wusste die Tagline des Films und die finde ich an und für sich interessant. Aber ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass der Film mich mehr erreicht oder mich zumindest mehr schockiert, mehr amüsiert, mehr verblüfft oder sonst was. Aber ich habe mir den angeguckt. Es gab hier und da ein paar nette Szenen, ein paar auch ganz amüsante Szenen, auch ein paar Szenen, die ein bisschen widerlicher waren. Stichwort Fingernägel, der Titel kommt mir nicht von ungefähr. Aber alles in allem, also ich möchte jetzt hier nicht diesen Lantimos-Vergleich so zwanghaft reinbringen, aber es wirkte auf mich so ein bisschen wie Lantimos ohne den notwendigen Kick. Max, wie war es bei dir? Ich glaube, dass der Film, also der Abspann lief und ich saß dann da und war erst mal traurig. Und das kenne ich irgendwie nicht so wirklich von den letzten zehn Jahren Filmglotzen. Dass man irgendwie so da ist und ich weiß nicht, wieso ich das war. Und ich glaube, es liegt daran, dass der Film auf eine gewisse Art und Weise so eine kleine, ich nenne es jetzt mal Trennungsgeschichte, die ich hatte in einer leichten Version irgendwie wiedergespielt hat. Deswegen glaube ich, dass ich wahrscheinlich dann auch am ersten von uns dreien da angesprochen wurde. Aber ich kann eure beiden Kritik komplett zustimmen, denn der Film hat eigentlich im Prinzip nichts, was er macht. Der hat ein bisschen, ja, ich weiß nicht, das ist so wie ein, wie ein, wie so ein halb angefangenes Gemälde irgendwie. So eine, weiß nicht, also du guckst es dir an, weißt, okay, es ist auch hier so ein bisschen hübsch und da ein paar schöne Farben. Aber dann am Ende, ich weiß nicht, ist da irgendwas, was sich dann festsetzt und festkreult? Nee, finde ich nicht. Ich glaube, dass ich den auch in drei, vier Tagen dann auch wieder komplett vergessen habe, weil ich finde, der Film hat eigentlich eine zweite, einen Subtext, den er sehr viel mehr hätte ausbauen können oder auch sollen, meiner Meinung nach. Und zwar geht es da um fast schon eine Generationenfrage, die jetzt uns Millennials betrifft. Nämlich solchen Sachen wie Unentschlossenheit und Harmoniebedürfnis und Konfliktscheu, die der Film eigentlich auch behandelt, weil nämlich unsere Hauptdarstellerin im Prinzip die totale Verkörperung des Ganzen ist. Aber, weiß nicht, der ist irgendwie, um dann so richtig philosophisch zu werden, ist er irgendwie nicht gut genug. Ich weiß nicht, wie ich es sonst anders beschreiben soll. Ja, da kommt halt, also ich weiß nicht, ob es die Intention des Films ist, die Fragen, die ich dann mit meinem Mitgucker, die direkt danach diskutiert waren, das fand ich dann schon interessant, aber vielleicht kamen die, weil wir so klug waren und nicht, weil der Film das unbedingt auslösen wollte. Das bin mir relativ sicher und ich war nicht der Mitgucker. Aber jetzt sprechen wir darüber und unsere Klugheit wird sich ja auch gleich in unseren Fragen und Erläuterungen, aber wir wollen ja auch spoilerfrei bleiben, wobei ich nicht weiß, wie viel man hier krass spoilern kann. Es ist ja schon interessant, darüber nachzudenken, dieser Test ist denn, natürlich nicht die Frage, ob Liebe messbar ist, das ist ja völliger Quatsch, man könnte darüber diskutieren, ist dieser Test willkürlich? In Zentimetern vielleicht, ja. In Zentimetern, ja okay, da sind wir wieder bei, endlich sind wir wieder beim Pena-Themis. Juhu! Also Liebe wird in Wabbelquat gemessen und ich und Max haben 12,4 Wabbelquat, das ist schon ganz ordentlich. Aber zu was? Und das werdet ihr nie erfahren. Aber meiner ist blau. Oh, das ist super, meiner ist pink. Also die Frage, natürlich ist dieser Test, stimmt der, was der da misst? Oder wirft der einfach, spuckt der einfach irgendwelche Zahlen raus und ist das dann, damit muss dann das Paar leben? Und die Frage natürlich, würdet ihr so einen Test machen und würdet ihr das Ergebnis dann auch anzweifeln? Und die Frage, ist der Mensch und die Liebe durch so einen Test beeinflussbar? Und es ist eben völlig egal, ob es stimmt, was der Test sagt. Es ist wie das Überraschungsei, das du gerade lieferst. Zu viele Fragen, eine nach der anderen. Ich einige mich auf eine, okay. Es ist völlig egal, welche, also das krass ist ja, das wird ja gemessen, indem den Probanden ein Fingernagel ausgerissen wird. Das ist ja schon mal total großartig, eklig. Also man sieht es nicht, aber man fühlt es auf jeden Fall. Und dann wird eben ausgespuckt, wie eben diese 150, 0 Prozent. Und es ist am Ende eigentlich völlig egal, was da rauskommt im echten Leben, weil die Liebe doch nicht messbar ist. Und Moment, was will ich sagen? Also, dass man sich von der Maschine beeinflussen lässt, von seinen Gefühlen. Ich muss halt sagen, für mich hat es immer noch am besten funktioniert, wenn ich es versucht habe, als Art Satire zu sehen auf diese, ich nenne es mal menschliche Makel, dass wir alles irgendwie so schubladisieren wollen. Alles bloß so ein bisschen in Konformitäten ausarten. Also wenn wir einen Film bewerten, dann hätten wir, wollen wir am liebsten immer, dass am Ende eine Nummer dasteht. Oder jetzt eben hier, wenn ich verliebt bin, ist es dann 0, ist es 50 oder ist es 100 oder ist es der kleine Fingernagel oder der Daumen. Das fand ich eigentlich ganz spannend, aber es hat für mich halt nie wirklich ausgereicht, um diese fast zwei Stunden Laufzeit irgendwie zu füllen. Und der hat meiner Meinung nach auch ein paar deutliche Längen, weil er diese Welt, die er uns präsentiert, wie ich finde, nie so richtig organisch und lebendig macht. Also mir kam ein paar Mal so das Gefühl auf, oder Erinnerungen zurück zu Hör, der ja auch in so einem, ich sag mal, futuristischen, alternativen Weltsetting spielt. Aber da die Welt, für mich zumindest, um einiges interessanter, spannender und vielseitiger war, als das, was uns jetzt hier geboten wurde. Ich glaube, das fand ich gar nicht so schlimm. Ich fand auch, dass sie durch diese Übung, die sie da reinbringt, die ja dann auch ein bisschen humoristisch sind, weil die einfach total bescheuert sind. Also sowas wie, wenn dein Partner den Raum verlässt, kriegst du einen kleinen Stromschock, damit du dir antrainierst, dass du ihn vermisst und sowas. Also das war, das fand ich schon ziemlich unterhaltsam und davon haben die ja relativ viele Übungen, die alle ähnlich bescheuert sind. Dann aber davon auch nicht zu viel drüber nachdenken, warum machen sie die Übung überhaupt, wenn am Ende der Test sowieso entscheidet, ob sie sich lieben oder nicht. Da darf man nicht zu sehr drüber nachdenken. Ja, aber war das mit den Übungen nicht, Entschuldigung, dass ich dir ins Wort falle, aber war das mit den Übungen nicht so gedacht, dass Paare, die eh schon auf 100% sind, dadurch mehr oder weniger ihre Liebe immer wieder refreshen können, um Taktiken zu lernen, wie man sich praktisch bei 100% hält, beziehungsweise noch enger zusammenwächst. Dann bin ich zufrieden. Oder bin ich jetzt komplett falsch? Aber man sieht doch immer zwei Figuren, die die Übung machen und dann sind sie erst beim Test. Ja, siehste, wir haben ja gerade einen Filmfehler entdeckt, glaube ich, tatsächlich oder ein bisschen so ein kleines Plothole, weil ich bin mir hundertprozentig sicher, dass das irgendwie also so nach meiner Schilderung jetzt irgendwie verkauft worden ist. Aber dann waren die Probanden immer relativ frische Paare, oder? Die den Test noch nicht gemacht haben. Genau, man sieht sie bei den Übungen und dann sieht man sie beim Test. Und ich kann mich gerade nicht erinnern, ob man sie danach, wenn sie 100% hatten, nochmal bei den Übungen gesehen hat. Nee, 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 danach nicht mehr, aber so wurden ja diese Übungen am Anfang verkauft von Luke Wilson bei der ersten, ja, Einstiegsrunde oder Erklärrunde für die neuen Tester. Probanden, nee, nicht Probanden, Probanden, egal. Du meintest ja, dass die Atmosphäre eben da manchmal, das war zu lang, das war bei Hör besser, ja klar, also Hör war ja großartig, rein auch optisch, der Film ist ja auch optisch jetzt nichts Besonderes, das war für mich okay. Was mich aber total gestört hat, worauf ich dann hinaus will, ist, dass ich den zwei Hauptfiguren, also ich mag Jessie Buckley, ich mochte die auch sehr gern in I'm Thinking of Ending Things, aber hier in diesem Film, ich habe ihr nichts abgenommen. Ihr habe ich nichts abgenommen, sie hat für mich gar nicht in den Film gepasst und dass da irgendeine Chemie mit, wie spricht man ihn aus, Riz Ahmed? Riz Ahmed. Genau, die zwischen den beiden, das habe ich, das war, vielleicht ist es ja auch Absicht, um so ein bisschen diese komische Atmosphäre zu unterstützen, dass die Menschen eigentlich keine wirkliche Nähe empfinden, wie es ja auch bei The Lobster ist, aber die zwei habe ich irgendwie, denen habe ich das nicht abgenommen. Wobei, da, also ich bin der gleichen Meinung wie du, aber ich kann mir auch vorstellen, wie gesagt, was Absicht ist, weil ich finde, in diesem Film hat niemand irgendwie untereinander in der Chemie so richtig. Ach doch, Anna und ihr Freund meine ich mal doch, oder? Und ein paar Paare sind auch ziemlich süß zusammen. Aber vielleicht ist es der Witz, dass die Paare, die am süßesten wirken, offensichtlich dann null Prozent kriegen oder so. Ja, vielleicht, weil ich muss sagen, die meisten Zeitung habe ich das Gefühl, dass diese Paare irgendwie so aneinander vorbeiexistieren, so blöd das klingt. Ja, aber so ist es ja im echten Leben auch. Also ich meine, da, also ich, nee, nicht das aneinander vorbeiexistieren, aber die, also diese Zusammenstellungen, die fand ich dann eigentlich schon relativ lebensnah. Ja, also vor allem bei, bei, bei den anderen Paaren, aber jetzt nicht bei unseren Hauptpaaren. Die fand ich irgendwie künstlich und nicht nachvollziehbar. Vielleicht liegt es einfach mein Eindruck, dass sie so, ich wiederhole, aneinander vorbeiexistieren einfach daran, weil der Film halt schon, äh, darauf aus ist, irgendwie dieses Weirde einzufangen. Jetzt ähnlich wie zum Beispiel bei The Lobster, ähm, aber die Figuren in The Lobster ja auch passenderweise dazu agieren. Und hier in dem Film agieren sie ja in Anführungszeichen eher realistisch als jetzt bei The Lobster, wo die Figuren ja ganz klar Teil dieser Welt sind. Also stellenweise habe ich das Gefühl, ich sehe halt Figuren aus einem anderen Film, aus einer anderen Welt, die irgendwie in diese Welt, äh, reingefärscht wurden. Riz Ahmeds Figur war irgendwie, also der hat dann am Ende so ein bisschen der Art Reveal, in dem kleiner Spoiler eher mehr oder weniger sich outet, dass er irgendwie so ein bisschen denkt, dass mit ihm irgendwas nicht stimmt. Ich glaube, ihr wisst auch, was ich raus will. Ja. Das, ich weiß nicht, ich glaube, das hätte im Film tatsächlich besser getan, wenn man sowas schon ins erste Drittel irgendwie reingepackt hätte, weil man dann ein bisschen was von der Figur irgendwie verstanden hätte. Aber im Prinzip seine, seine Intention, sein, ich muss jetzt auch sagen, sein Schauspiel oder wie die Figur da irgendwie rüberkommt. Ich habe halt zu keiner Sekunde irgendwie gewusst, wie er dem Ganzen überhaupt gegenübersteht, weil er immer geglotzt hat, wie so ein halber Laufschuh. Ja, aber das wollte ich auch genau, Max. Also ich fand, dass er geguckt hat, dass uns als mündiger Filmbetrachter gesagt werden sollte, der Typ ist verliebt in Anna. Also er guckt immer zu lange, er belauscht sie, wie sie singt im Büro, so quirky und dann lächelt er dabei. Also das war für mich sehr überdeutlich. Aber da dann am Ende so ein bisschen dieses, was du angesprochen hast, kommt, das hat dann, wenn man da mehr drüber nachdenkt, hat es der Geschichte schon einen interessanten Twist gegeben. Weil wir haben ja, nehmen wir an, wir haben ein Paar, was 50 Prozent hat, was ja heißt, dass einer der beiden liebt, aber die Maschine kann nicht sagen, welcher der beiden das ist. Das heißt, wenn du so ein Paar bist, also in der Geschichte des Films hören ja sowieso alle auf die Bewertung, aber wenn du ein Paar bist, was 50 Prozent hat, je mehr dich dein Partner liebt oder den Anschein macht, dich zu lieben, umso weniger wirst du ihn lieben in dem Szenario. Weil du ja denkst, okay, dann ist der andere der, der hier eindeutig liebt und das finde ich, genau. Und das finde ich einen super perfiden Gedanken, dass je mehr dich, der andere dich liebt, umso weniger liebst du ihn. Deswegen hat es mich an dem Film auch gestört, dass diese Komponente der Entschlussunfreudigkeit einfach da so ein bisschen liegen gelassen wird, wie so ein Ball vor einem leeren Tor, den man nicht versenkt. Weil ich meine, du hättest diese, diese Figuren so viel, keine Ahnung, mehr Fleisch geben können, in dem es dir, dieses Liebesthema vielleicht, okay, außen, außen ist es so immer wieder der rote Faden und immer wieder so ein bisschen Anstoß, dass da diese Tests kommen für Konflikte. Aber im Prinzip geht es ja eigentlich darum, dass die Leute da alle glücklich sind darüber, dass irgendetwas anderes, eine höhere Macht entscheidet, was richtig und was falsch ist. Und ihn damit die, die wahre, den wahren Kern von Liebe eigentlich wegnimmt. Nämlich, dass man sich nach so einem, in einer vernünftigen Beziehung immer wieder irgendwie bei, an jedem Tag, an jedem, immer nach dem Aufstehen sich eigentlich klar machen muss, hey, ich bin hier für eine andere Person da und bla bla bla. Und man, 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 man muss die Zuneigung der anderen Person dann auch immer irgendwie aufs Neue auffrischen. Irgendwie machen, es ist so, so, ich weiß nicht, es ist so, auf der einen Seite ist es lebensnah, weil ich glaube, dass viele, vor allem Leute, die sagen, oh, ich bin irgendwie beziehungsgestört, im Prinzip sich genauso verlassen, weil sie da immer in so Larifari, nix halbes, nix ganzes, so Pseudo-Beziehungen irgendwie drinstecken. Auf der anderen Seite ist, hat es der Film aber auch irgendwie so, weiß nicht, keine Ahnung, so dargestellt, dass ich es nicht kaufe, dass ich es nicht wirklich abkaufen kann oder beziehungsweise, sind die, mir fehlt da irgendwie so dieses Statement. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Ja, ja, also, jetzt wo du es sagst, ist aber auch interessant gewesen, mehr so drüber, ein bisschen mehr zu, ja, okay, ihr Zweifel wird ja ganz klar von Anfang gemacht. Deswegen arbeitet sie überhaupt auch erst in dem Institut, obwohl sie ein 100% Ergebnis mit ihrem Freund hat. Und dass man ja, also dieser Payoff, dass man sich die Fingernagel ausreißen muss, den Fingernagel ausreißen muss, das finde ich schon eine ziemlich gute Idee. Also, das ist nicht einfach so ein Larifari-Test, sondern das ist wirklich schmerzhaft, was du dafür, dass du das nicht einfach, das spricht so ein bisschen dagegen, gegen dieses Millennial-Unentschlossene, weil du musst wirklich was dafür geben, sozusagen. Ja, wobei, das ist auch wieder so 50-50, weil auf der anderen Seite, ich finde, dass, ich lerne in unserer Generation viele Leute kennen und vielleicht ist das auch wieder nur so ein Großstadt-Ding, keine Ahnung. Aber ich glaube tatsächlich, dass viele Leute sich, keine Ahnung, auch einen Zeh abschneiden würden, wenn sie dadurch irgendeine Antwort auf eine Frage bekommen. Und ich glaube, das hat ein bisschen damit zu tun, dass in unserer Generation Religion einfach weniger wichtiger ist, als in den Generationen davor, wo sich andere dann immer reingeflüchtet haben und wir flüchten uns mehr oder weniger, glaube ich, in eine andere, also wir sind immer noch auf der Sinnsuche, aber unsere Sinnsuche muss irgendwie verwissenschaftlicht werden. Ja, also, das verstehe ich schon, wenn du, du suchst die ganze Zeit und du zweifelst, ist das jetzt, was ich fühle, ist das wirklich, liebe ich genug, darf Zweifel dazugehören, keine Ahnung. Und dann wünscht man sich natürlich so einen Test, der dir die Antwort gibt. Aber ich hatte eher den Eindruck, dass wir die ganze Zeit eigentlich glückliche Paare sehen. Und Luke Wilson sagt ja irgendwann auch, dass irgendwie 87 Prozent der Paare 0 Prozent bekommen oder so. Und da war natürlich der Gedanke eher nahe, dass da ganz viel zerstört wird, was die menschliche Einsamkeit und die soziale Sehnsucht eigentlich unterstützt hätte. Also, dass die neben zusammenbleiben wollen. Aber das ist dann wieder ein Punkt für Stus Argument, der sagt, dass du von dieser Welt einfach nichts mitbekommst. Und das stimmt ja dann, weil wenn du von der Welt mehr mitbekommen würdest, keine Ahnung, mehr Single-Haushalte oder wie es eben auch, jetzt kommen wir wieder zum Lobster, dass du halt dann irgendwie so ein bisschen merkst, okay, der Stellenwert der Liebe, der ist irgendwie ganz weird, der fühlt sich überhaupt nicht gut an. Dann wäre es was, an dem ich sagen würde, okay, vielleicht hätten sie da zwei, drei Figuren, die haben ja dann auch Freunde irgendwie mit eingeführt. Da hätten sie doch so einen Seitenplot irgendwie einführen können, der da so ein bisschen mehr vom Alltag zeigt, außerhalb des Instituts. Du bist ja bloß eben in diesem Scheiß-Institut und du bist in diesen Scheiß-Wohnungen. Und wo bist du sonst? Nirgendwo. Keine Ahnung, du weißt nichts. Einmal fährst du halt hin und wieder mal mit dem Auto rum. Aber ansonsten, weiß ich nicht. Ja, und vielleicht auch das Thema Kinder wird ja nur ganz kurz angesprochen, als Luke Wilson, der Chef der Firma, dann eben kurz mal droppt, dass er ein Kind aus einer Beziehung hat, mit der er geschieden ist, weil sie dann 0 Prozent hatten. Weil die Maschine gibt es ja erst seit fünf Jahren oder so in dieser Welt. Das heißt, davor gab es noch normale Beziehungen, wo du einfach zusammenbliebst, weil du eben an dich geglaubt hast als Paar. Und dann hat die Maschine gesagt, ja, nee, hör mal auf zu glauben. Es geht ja nicht darum, dass sie zueinander passen, sondern einfach nur, ob sie lieben. Und dieses Lieben, dann machen sie ja auch teilweise mehrmals den Test. Und wenn du den auch mehrmals machen kannst, na klar, du gehst am Montag hin um 8 Uhr und dann liebst du deinen Partner. Und am Donnerstag um 17 Uhr liebst du ihn vielleicht gerade ganz anders oder weniger, wie auch immer diese Maschine das misst. Und dann ist es doch so krass für den Arsch, dieser Test eigentlich. Ja, ja, also, dass der Test absolut im Arsch ist, das ist ja, dass es dann nur drei Ergebnismöglichkeiten gibt. Also komplett am Arsch, für den Arsch, absolut im Arsch. Okay, es ist du im Arsch. Ja, bitte. Kinder, Kotte noch. Wie wäre eigentlich der Test so kurz nach einem Orgasmus? Das ist so dieses, was du ja im Prinzip alles erledigt hast erst mal von der animalischen Seite her. Ach, witzig. Ich hätte gerade gedacht, nach Orgasmus ist es auf jeden Fall 100 Prozent und du denkst, das ist auf jeden Fall null, weil du ja schon alles erledigt hast? Nee. Da merkt man die Unterschiede zwischen Pragmatiker und Romantiker. Nee, da spricht der Chemiker in mir, weil du hast ja eine gewisse Ausschüttung von irgendwelchen Dingen, die dann wahrscheinlich dann in deinen Finger reinbolzen. Ausschüttung. Die Ausschüttung, die da reinbolzt. Okay, jetzt sind wir wieder beim Penathemis. Das finde ich gut. Nee. Also Moment, du würdest sagen als Chemiker, dass danach dann, weil biologisch keine Notwendigkeit für einen Partner da ist, dann auf null wäre? Könnte sein, ja. Könnte man gut vorstellen. Weil ich denke, dass gerade durch einen Orgasmus oder dass man sich dann so nah ist oder so, dass das dann Extremsituationen ist oder so vielleicht? Ja, aber vielleicht ist das der Unterschied, weswegen Frauen mehrere Orgasmen hintereinander haben können in der Theorie und Männer danach einfach komplett in einen Sättigungszustand verfallen. Dass Männer sonst so oft den Sättigungszustand hätten und Frauen, die unersättlich sind. Vielleicht ist das tatsächlich, ja, stell dir das mal vor, du hättest da einen Mann, der ständig kann. Also wenn Männer multiple Orgasmen haben könnten, dann würde ja gar nichts mehr funktionieren auf der Welt. Oder müssten die Frauen alles reichen, weil ihr die ganze Zeit nur zu Hause sitzen und ernähren können. Ja, dann gäbe es nur noch Hausmänner. Ich glaube tatsächlich, wenn Männer multiple Orgasmen haben könnten, dann gäbe es der Welt wesentlich besser. Glaub mir mal, so ein sehr orgasmalisierter Vladimir Putin ist, glaube ich, wesentlich besser, als wir es haben. Ah, wir sind wieder bei den guten, also tatsächlich, man kommt immer wieder mit euch auf die guten Themen. Okay, aber ich finde, wir haben schon lange nichts mehr von Stu gehört. Und ich möchte, Stu, könntest du noch kurz was zu Jeremy Allen White sagen? Weil das war ja dein Grund, warum du den Film gucken wolltest. Hat sich der Grund denn für dich, hat das sich gelohnt? Nö. Und wir schalten jetzt wieder zurück zum Sport, wo gerade Harry Schmuggel den siebten Elfmeter verschießt. Ich möchte da keinem der Ensemble-Bitglieder irgendwie sagen, dass er oder sie schlecht gespielt hat. Ich glaube, es ist nicht das, die Schuld ist es von jemandem was, aber die spielen alle okay. Die spielen, glaube ich, so, wie sie es spielen sollen. Aber Jeremy Allen White gucke ich mir lieber in der Kochschürze an, weil ich auch finde, dass seine Figur relativ, ich sag mal, austauschbar ist. Also, ist halt ihr Freund oder Mann oder so, das hätte jeder andere spielen können. Und so reizlos wie ganz viele dieser Beziehungen ist halt auch irig. Das hat Sinn, aber ich hätte es mir, glaube ich, lieber gefallen lassen, wenn diese Beziehung noch ein bisschen mehr scheiße ist. Weil ich hatte halt das Gefühl, okay, die lieben sich nicht wirklich, aber es wirkte halt wie jede andere normale Ehe auch nach 30 Jahren. Ich hätte es, glaube ich, echt spannend gefunden, wenn die sich wirklich nicht abhaben könnten. Aber der Test halt sagt so, ihr seid aber zusammen, ihr liebt euch. Aber das wäre noch zu, ja, das wäre auch irgendwie cool gewesen, aber mir war es ja, das wäre dann zu eindeutig. Ich finde, dieser Film schafft die Balance nicht zwischen, wo will er eindeutig und vorhersehbar sein und wo will er eben schwammig und denkt selber nach und füllt die Lücken mäßig sein. Ja. Ja, 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 Entschuldigung. Es sagt halt schon viel über einen Film aus, weil ich hab ihn jetzt, als ich ihn geguckt habe, so noch 20 Minuten, hab ich angefangen so zu denken so, ah ja, ähnlich wie The Lobster. Und egal, was der Film gemacht hat, ich hatte immer The Lobster irgendwie im Sinn. Das haben wir jetzt auch schon ganz oft halt als Vergleich auch angezogen, was durch den Film gegenüber unfair ist. Aber letztlich finde ich schon, dass er so ein bisschen im gleichen Teich dümpelt, nur halt eben The Lobster, finde ich, geht halt dann wesentlich tiefer und, ja, Finger, der jetzt bleibt so ein bisschen im Seetang hängen. Ich hatte ja ein bisschen so das Gefühl, als hätten die beim Dreh keinen Spaß gehabt alle miteinander. Also, ich weiß nicht, wie, jetzt so mit dem, was ihr dazu sagt, so als letzte Würze, der, 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 der kommt ein bisschen malen nach Zahlen. Das Jorgos Lantimos, äh, Ausmalbuch. Einen Kritikpunkt, den ich auch noch habe, wobei, das ist jetzt, ich hab da mal wirklich echt unbeliebt, das ist ja ein Film, den Apple sich eingeholt hat. Ja. Oder sogar, ich weiß nicht, ob sie ihn produziert haben, aber, ähm, ich hab noch nicht so viele Apple-Filme gesehen, weil, seien wir ehrlich, die meisten Leute gucken keine Apple-Filme, außer sie sind von Martin Scorsese und laufen im Kino. Ähm, aber Apple hat ja, genau wie Netflix, äh, ja auch so eine eigene Ästhetik, so eine eigene Stilistik und, äh, die gilt ja immer so als edel, die von, äh, weil es halt Apple ist, aber ich finde sie eher ziemlich öde. Also, ich finde den Film auch stilistisch und visuell halt echt öde. Also, ich hab gemerkt, die spielen halt hier mit, nicht mit irgendwelchen Kameralinsen oder so, oder mit, mit irgendwie Beleuchtung, also das sah alles relativ, keine Ahnung, normal aus, also gut, aber normal und, das hätte jetzt auch, keine Ahnung, so ein Tatort sein können. Also, ein schöner, ein sehr schöner Tatort, vielleicht der schönste Tatort aller Zeiten, aber es hätte auch ein Tatort sein können. Und, ähm, nee, ich war, das ist alles so, ich mochte Luke Wilson, komm, ich will jetzt mal was Positives sagen, dem hab ich's abgekauft, dass er so ein Institut gründet. Und der Jeremy Allen White, also ich glaub, ich mochte alle außer den zwei Hauptdarstellern, weil die nicht schlecht gespielt haben, aber sie hatten, ihre Art hat für mich nicht zu dem Film gepasst. Also, Riz Ahmed hat so ein bisschen wie eine, für mich wie eine klassische Komödie gespielt, aber vielleicht war das auch der Witz, wenn man die, diesen kleinen Twist am Ende bedenkt. Und die Jessie Buckley war für mich, die war mir zu, ich weiß gar nicht, was mich, ich weiß nicht, was mich an ihr gestört hat. Ich fand irgendwie, sie hat da nicht reingepasst, tut mir wirklich gleich. Ja, außerdem, außerdem ist ja diese Story, wenn man so ganz, wenn man den Film gesehen hat und dann drüber nachdenkt, ist es ja eigentlich ganz klar, dieser arme Jeremy Allen White wird hier von, also nach Strich und Faden, ich will jetzt nicht sagen, verarscht, doch, der wird hintergangen und im Prinzip, also von der ersten Minute, aber sie, also die Figur von ihr hat irgendwie keine, keine einzige Kante, an der man sich irgendwie stoßen kann. Und das ist alles so. Das finde ich im Prinzip ja wieder ganz gut, dass du eben ganz, also Jeremy Allen White wurde ja auch gecastet, weil er ist ein Sympathieträger, er soll einem ein bisschen leid tun, so ein leichter Loser-Ansatz. Und die Jessie Buckley ist, die ist ja auch nicht wirklich böse in dem Film. Also du hast ja keine Figur, die du hier. Nee, das behaupte ich ja nicht. Genau, aber das meinst du nicht mit Kanten, dass du, dass du dich das leichter präsent. Also ich meine jetzt nicht dieses, nee, nee, also keine, keine leichtere Positionierung, aber die, die ist auch so unemotional mit dieser ganzen Geschichte, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Ja, aber beim Lobster ist es so, dass, jetzt übrigens, wenn wir nur einmal Lobster sagen, ist die Stempelkarte voll. Beim Lobster. Okay, voll, was kriegen wir jetzt? Jetzt kriegen wir ein Lobster-Spice-Latte. Ja, ähm, jetzt ficken habe ich, Entschuldigung, nix gesagt. Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Du wolltest mit Ecken und Kanten mit der, mit der Anna, mit der Protagonistin. Ja, genau, was zum Lobster. Beim Lobster ist es ja dann, du hast dann immer noch so dieses, dieses Theatreske irgendwie, dass du dann, du hast ja dann auch noch einen Erzähler, der, oder beziehungsweise eben die Hauptfigur, der dann immer so ein bisschen die Gedanken mitspinnt, dass du halt einfach drüber bist. Du hast, du hast dieses völlig Entrückte, Entfernte. Du hast was Besonderes, ja. Und der Film ist irgendwie eher, der ist weniger Lobster, der ist mehr Wes Anderson ohne Symmetrie. Das ist ein ganz komischer Film. Oh, das ist gut gesagt, das ist gut gesagt. Nee, der ist nicht wie Wes Anderson, der ist, der ist, ich sehe da nichts, ich sehe da nichts Wes Anderson-eriges. Ja klar, weil Wes Anderson halt meistens nur Symmetrie ist, das heißt, du kannst, wenn du die Symmetrie wegtust, ist alles Wes Anderson, das ist ja das Geniale daran. Nee, 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 sehe ich nicht, sehe ich, sorry, sehe ich, ich finde den Film. Außerdem Rushmore oder sowas, wobei Rushmore ja geil ist, aber, ähm, ja, aber, er ist natürlich mehr Rushmore als jetzt, äh, Grand-Arktiker-Tiefsee-Hotel. Oder ist er more Rush? Oh. Okay, aber. Äh, ja. Ja, also, ich finde, der Film behandelt das Thema nicht so entrückt, wie er sollte, also so mit Kalkül an das Thema Liebe gehen, sondern geht da irgendwie, versucht dann so eine menschliche Komponente reinzubringen, die ich ihm aber nicht abnehme. Wobei, es nervt mich, dass ich nach dem Abspann irgendwie traurig war. Ja, aber wenn es dich so getroffen... Ja, das ist doch super. Hat es halt dann einfach diese, diese Situation hier, wie, wie sagen es einst, Joy Division, Love will tear us apart. Also vielleicht, wenn das, wenn du das erlebt hast und der Film hat dich daran, warum auch immer, äh, ja. Ja, eben, ja. Ich bin, ich bin, ich bin im Gegenteil eher ein bisschen neidisch auf dich, dass du, dass du... Ja, dass du was fühlen konntest. Weil bei mir, genau, weil ich war so, der Film war vorbei und meine erste Reaktion war so, mache mir jetzt ein Tee und gehe ich jetzt kacken. Also das, das war so meine erste Reaktion nach dem Fall. Also sie natürlich fürs Zweite entschieden. Spoiler. Ja, also ich finde das schön, das ist ja wie bei so Filmen, die eigentlich total kacke sind, wie Honig im Kopf. Aber ich musste da trotzdem zweimal weinen, weil es mich so berührt hat. Obwohl der Film einfach der totale Oberscheiß ist. Aber es ist doch trotzdem schön, dass ihn dann, dass er bestimmte Nuancen hat, die, die dich ans Leben erinnern und dass du ein Herz hast, Max. Ich weiß nicht, wie oft du das im Alltag merkst. Mein Herz? Ja. Ja, meistens nach dem Sport. Liebe Grüße vom Kardiologen. Ja, gut. Okay. Wenn ihr euch jetzt denkt, boah, diese, diese, diese drei Leute, die ja gerade reden und wovon der eine so klingt, als ob er das Wochenende in der Erkältung gehabt hat. Ich möchte nicht sagen, wer es ist. Den höre ich gerne zu. Dann kann ich euch empfehlen, wir haben da noch dieses kleine Format CC, nur ö, blü, 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 kredi. Okay, gebt einfach bei Google-Tele-Shop-Tisch und CC-C-I-C-I ein und ihr werdet es finden. Da werden, da reden die Schlöcker der Max und ich über ausgewählte Filme und, äh. Wir haben einen künstleren Namen. Zum Beispiel The Lobster. Und dann gehen wir nicht um Spoiler rum. Wir werden jede Nuance auseinanderlegen. Auseinanderlegen, wie in diesem Film Finger und Fingernägel getrennt werden. Ihr werdet schon gespoilert, bevor ihr überhaupt auf Play drückt. Genau. Okay, aber wenn wir uns jetzt bei diesem Film, wenn wir jetzt den Test machen würden, dem Film einen Fingernagel ausreißen und ihr reißt euch einen Fingernagel aus, was wäre bei euch da rausgekommen? Was jetzt so vier, drei miteinander zusammenpassen? Ja, also für Null. Für Null, finde ich, hat der Film einfach zu interessante Ansätze und ich finde die Geschichte an sich, die Idee dahinter auch zu spannend, als dass ich sagen würde, es ist für mich eine Null. Bei 100 kann ich aber nicht geben, weil dafür war er mir dann im Endeffekt dann noch zu egal, also zumindest das Endergebnis. Von daher bleibt für mich ja nur eine 50 Prozent übrig. Ja, bei mir auch, weil der Film mich nicht liebt, aber, nee, andersrum. Der Film liebt mich, aber ich ihn nicht. Ich weiß es nicht, wer uns liebt. Ich fand es ja eh lustig. Du hast jetzt ganz zu Beginn, mir ist überhaupt nicht aufgefallen, dass es solche Sachen wie 82 Prozent gar nicht gab. Nee, es gibt nur diese drei, aber das war ja schon von Anfang an gesagt. Entweder beide empfinden Liebe, nur einer empfindet Liebe oder keiner empfindet Liebe. Ja, aber kann nicht einer so neun von zehn Liebe empfinden, aber eben so freitags nicht oder so? Nee, das wird aufgerundet dann, ja. Ja, auf jeden Fall spricht das wohl dann auch nicht für den Film, wenn ich mir sowas Essentielles einfach nicht merken konnte. Hm, ja. Und jetzt du. Jetzt, jetzt du oder jetzt ich. Du, jetzt du. Ja, nee, ich war, ich war auch, also ich fand den interessant, aber ich würde ihm noch weniger, wenn ich es könnte, weniger als 50 Prozent geben, weil das war, ich dachte wirklich danach, hä? Ich, genau, mein Zitat danach, ich habe gesagt, ich mag keine sinnlosen Filme und der Film hat eine coole Prämisse, aber er macht nichts draus. Also Filme, wo ich das Gefühl habe, ja, da hätte ich auch einmal in den Wind furzen können und es hätte auch keinen Unterschied für mich gemacht. Also irgendwie, ich gehe übrigens nächste Woche in, äh, Johanna furzt in den Wind, Teil zwei. Der Film, der wird für eine runde Story sorgen. Und der Film war für mich so ein bisschen wie ihre Frisur in dem Film, man guckt hin und denkt, irgendwas ist da falsch, ist es interessant? Nee, es fühlt sich eher, es ist eher unangenehm. Oh, oh, jetzt kommt aber Bodyshaming hier mit rein, das, äh, nicht gut heißen. Haare ist doch nicht Bodyshamen. Finde ich auch, dass die Jessie Buckley in dem Film unglaublich fett aussah. Haare sind 70 Prozent meines Körpers. Okay, ich glaube, wir haben den Fokus jetzt vollends verloren. Es ist ein guter Zeitpunkt, jetzt abzumoderieren, beziehungsweise Fazit haben wir quasi schon gegeben. Ich sage so viel, ich habe ihn nach der Sichtung bei Letterbox zwei von fünf gegeben, habe dann so einen halben Tag übernachgedacht und habe dann auch halben Stern drauf, also zweieinhalb von fünf. Aber ich bin jetzt auch eher ernüchtert als begeistert von dem Film. Und, äh, also, es ist auf jeden Fall, wenn, wenn ihr euch für den Film interessiert, zum Beispiel, weil ihr die Geschichte interessant findet, dann würde ich euch nicht abhalten wollen, den zu gucken, äh, das auf gar keinen Fall. Aber ich von meiner Seite war dann eher enttäuscht. Ja, so ähnlich würde ich es auch sehen. Ja, ja, was er da so an Material liegen lässt, ist schon schlecht. Ja, dann war das ein diplomatischer Verriss jetzt von dem Team Schlogger, Max und Stu. Ja, der soll weiter Filme machen. Entschuldigung. Der soll weiter üben, meinst du? Und es wird besser? Nee, der soll ruhig weiter Filme machen, das ist ja in Ordnung. Aber dann vielleicht mal mit anderen Schauspielern, wo ich nicht am Anfang denke, boah, die drei sind da dabei, wird der geilste Film aller Zeiten. Bullshit. Ja, ich sag mal so, also, ich finde auch, dass der Mann durchaus Talent hat und ich glaube, er hat ja auch am Drehbuch mitgeschrieben und hat auch den Film mit Kate Blanchard übrigens produziert. Aber irgendwie während des Films sagt es mir schon so, oh geil, bald kommt der neue Jogosland-Team aus. Das ist natürlich unfair, aber ich kann nichts für meine Gefühle. So, jetzt aber Abmoderation. Ihr Lieben, wenn ihr noch mehr Tele-Stammtisch haben wollt, dann geht auf unsere Webseite tele-stammtisch.de. Da findet ihr alle unsere Folgen und noch mehr Zeug. Was das mehr bedeutet, weiß ich jetzt gerade auch nicht. Außerdem gibt es uns überall bei Social Media, das heißt überall da, wo es Likes gibt, findet ihr den Tele-Stammtisch. Ihr könnt gerne ein Like oder einen Kommentar da lassen. Damit sind wir durch. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich sage Tschüss, dann sagt der Max Tschüss und die Schlogger hat dann noch die obligatorische Werbebotschaft für euch. Tschüss. Gut, ich beeile mich, ich sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und hier Johanna. Also, falls ihr heute keine Lust drauf habt, euch einen Fingernagel auszureißen, dann habe ich eine Alternative für euch. Ihr könnt einfach mal schlogger.de in eure Browserleiste eingeben. Da findet ihr meine Website, denn ich bin Autorin und Comiczeichnerin und schreibe auch über Zwischenmenschliches, nämlich Kommunikation. Und zwar mit Menschen, mit Kindern, wie auch immer, mit Hunden, mit Pflanzen auch dabei. Und ich habe auch Bücher über Star Wars gezeichnet. Könnt ihr natürlich auch auf Social Media finden oder ihr geht einfach in den Schlogger-Shop und kauft euch direkt für zu Hause. Das war der kleine Werbeblock. Und ich freue mich, dass wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Ihr uns, wir euch alle zusammen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semiprofessionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.